Herzlich Willkommen in der Caracalla-Therme. Ausgiebiges Badevergnügen, wohltuende Entspannung und eine großzügige Saunalandschaft erwarten Sie. Ihre Erholung steht bei uns im Mittelpunkt. Lassen Sie sich von den zahlreichen Attraktionen im großen Innenbecken verwöhnen. Gönnen Sie sich etwas für sich und Ihren Körper. Ein Bad in der Heiß- und Kaltwassergrotte stärkt die Abwehrkräfte und regt den Stoffwechsel an. Die Caracalla-Therme bietet Platz für wohltuende Entspannung und ausgewogenes Badevergnügen mit unserem heißen Thermalwasser. Das Wasser kommt aus 2000 Meter Tiefe mit 68 Grad artesisch, das heißt mit dem Druck der Erde an die Erdoberfläche. Unsere Becken haben Temperaturen von 18 bis 38 Grad und biegen so innerhalb der abwechslungsreichen Badelandschaft für jeden Kunden das passende Ambiente zum Entspannen. Entspannen Sie sich unter freiem Himmel in den beiden Außenbecken. Direkt vom Badebereich aus erreichbar finden Sie die Abwehrkräfte. Dort bieten wir Ihnen eine vielfältige Auswahl an Massagen und Anwendungen. Lassen Sie den Alltag hinter sich und genießen Sie die exklusiven Wohlfühl- und Schönheitskonzepte mit traditionellen und exotischen Anwendungen. Ob alleine oder zu zweit, entspannen und erholen Sie sich in angenehmen Ambiente. Auch in unserer Saunalandschaft finden Sie viel Platz für wohltuende Entspannung und ausgiebige Erholung. Zahlreiche Saunen und ein Dampfbad lassen keine Wünsche offen. Im malerischen Schlossgarten finden Sie unsere romantische Wald- und Feuersauna. Kulinarische Wald- und Feuersauna und Feuersauna. Eine kleine Stärkung zwischendurch. Kühle oder warme Getränke gehören bei uns ebenso zum Angebot wie unser exklusiver Caracalla-Shop. Entspannung, Wellness und Badevergnügen. Tauchen Sie ein und lassen Sie den Alltag hinter sich. Ein Tag bei uns vergeht. Die Erholung bleibt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.